Auf jeden Fall ist heute Ostersonntag 1983. 3., 4., 83. Frau Regner, kannst du Inge auflegen? Hätte ich mir fast gedacht. Guck mal rein da. Nicht so dicht. Na, besser. Aber viel zu wenig von euch nicht, nur dunkel. Aha. Na gut, dann wollen wir jetzt mal losfahren. Einschneiden! Jetzt fahr ich ja, das können wir ruhig filmen. Jaja, aber nicht, das sind alle so ein Bedauernsinn. Aber eigentlich sollten wir das umgedreht machen, ne? Na echt? Hier soll ich aber nupen können, mit nupen. Ach, nein, die Tür ist nicht auf. So, wir müssen nur anhalten. Komm da auch so nicht rüber, kann ich auch so nicht auf. Nicht schlecht. Die Tür ist so einfach, wenn du rumf nesse Давlin kommst. Know what أو wird, kann ich bitte autonomy? Oh, putain. Só quit Då, été entschnittlich. Okay. E breve mal, der fällt uns ein Inf est. Jetzt musst du die Kamera stellen. Ja, ich weiß es. Nur fliegen ist schöner. Nein. Das gefällt mir wohl, Inga, das ist ein Grund, dass da hinten da vorne zu sitzen. Ja, ja. Wenn du hier hinten was sitzen möchtest, dass du nicht fragst, wo du da vorne da hinten guckst. Wohin wollen wir dann jetzt fahren? Wieden. Durch die Gauststraße? Ja, ne? Da hat man die Gauststraße nach Wieden geholt. Au! Da hinten liegt Wieden, dahinten ist die Gauststraße zu Ende. Wo liegt Wieden? Dahinten. Ja, da ist doch die Gauststraße zu Ende. Nein, da müssen wir durch... durch die Gauststraße, durch die Wursterstraße, und... Schlepplagerstraße. Und dann sind wir auch fast da. Wir holen mal einen Brummfix für dich gerade. Papa, stehst du nicht mehr? Ja, nicht so ganz. Nein. Nein. Sie lobe, ich brauche noch zu spätseln. Hab ich, das zieht, 13,49. Ja. Hab ich, das zieht, 13,49. Ja. Hab ich, das zieht, 13,49. Ja. Ja. Ja, und dann haben wir ein paar Bescheid, ja? Hehehe. Ich muss an der Schleife nicht. Hehehe. Ich will nach vorne entlaufen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, und hier da hin zu kommen. Ich muss, warte mal hier, ich muss in den zweiten, hier. Das nass bloß. In die Versuchung komme ich nicht. Nein? Nein. Jetzt fährt das so meistens immer geradeaus, und kuckst, und kuckst, da kann ja nichts schief gehen, das ist ja geradeaus, ne, oder? Dumm, 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 fällst du auf, immer noch mal am Fahrrad. Rum, rum! Fisch, Fisch. Der macht wohl lustiger aussieht. Unsere Kamera oder den seine Lautsprecher. Der eine hat eine Stereo-Anlage, der andere hat eine Kamera und es fehlt noch der Fernseher. Das war so lustig.